Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. In den letzten Tagen, es waren einige, aber viel mehr kam noch als es klar wurde, als dem KSV zurückkommen. Da waren viele aus der alten Heimat da, die mir Glückwünsche geschickt haben, die sich auch freuen, dass ich wieder da bin. Und so ist es auch meiner Zeit. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und freue mich auf die kommende Saison. Ich muss sagen, ich habe mir reichlich meine Gedanken gemacht, aber im Endeffekt war es einfach die Verlockung, wieder nach Hause zu kommen, wieder für den KSC zu spielen, war dann größer, als mich für einen anderen Verein zu entscheiden. Und deshalb lag meine Entscheidung ganz klar beim KSV. Ja, es war ein schönes Gefühl, noch ein paar Erinnerungen an früher wieder hochgekommen, muss man sagen. Und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein, wieder in Anführungsstrichen nach Hause zu kommen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne. Ich bin froh, wenn die sechs Wochen vor beiden da wieder rum sind. Aber ja, sie können mal dazu. Es ist wichtig für die Saison, dass man genug Kraft hat, Ausdauer, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch froh, wenn die Zeit dann wieder vorbei ist und der Fall endlich rollt in der Saison. Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Powered by Baden TV. Vielen Dank.